Yo, was geht? Voll der cringige Anfang für ein Video, oder? Ich weiß eh nicht, wie ich dieses Video anfangen soll, deshalb habe ich mich einfach für cringy entschieden. War voll meine bewusste Entscheidung. Ja, mir sitzt am Titel schon. I need a break. YouTuber machen ein andauernsohn Video, ich bin so gestresst, ich brauche eine Pause. Und dann versteht es am Ende eh jeder und warum hat man dann am Ende des Tages ein Video drüber gemacht, whatever. Naja, auf jeden Fall, ne, ich möchte euch informieren, ja. Ihr habt es ja am Mittwoch schon bemerkt, dass, ich hoffe, am Mittwoch kam der Podcast, ich hoffe, ich habe das wenigstens hinbekommen, dass der Podcast, den wir mit Ivy und Pommes aufgenommen haben, zu dieser ganzen UEFA-bunten Stadion-Geschichte, bla. Falls ihr den nicht gehört habt, das ist im Linken oder in der Beschreibung. Der kam zwei Wochen zu spät, weil ich einfach fucking exhausted war und auch immer noch so ein bisschen bin. Ich konnte mich jetzt dieses, also für euch letztes Wochenende, ziemlich gut ausruhen. Ähm, das war schön, aber ja, ich habe auf jeden Fall so, so generell über den Juni so gemerkt, dass ich auf jeden Fall oft echt müde und energielos war. Obwohl ich jetzt auf Arbeit nicht so eine krasse Belastung hatte, dass ich wirklich müde sein müsste. Ich glaube tatsächlich, es liegt hauptsächlich an meinem mittlerweile doch, ähm, mehr werdenden Übergewicht. So kommt es mir zumindest vor. Und auch einfach so ein bisschen, dass ich im Juni doch weniger selbst gekocht habe und viel bestellt habe und viel fertiges Essen gegessen habe. Das hat, denke ich, so eher diese Müdigkeit so ein bisschen von meinem Übergewicht und von der nicht ganz so nice Ernährung kam. Und von der wenigen Bewegung. Obwohl wir Juni haben. Also es gäbe Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ähm, ich vermute, es kommt ein bisschen daher. Deshalb möchte ich das auch so ein bisschen umstellen. Öfter selber kochen, öfter spazieren gehen. Vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, um Beat, Sabon, Just Dance zu spielen. Weil das sind eigentlich meine lieblingssportlichen Betätigungen so. Ähm, und ja, mein Leben ist halt aktuell doch schon ziemlich voll mit, 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 mit Bloodleafs, mit dem man, mit dem ich ja viel machen möchte. Ähm, mit der Arbeit, wo jetzt langsam auch wieder mehr kommt. Jetzt wird die ganzen Leute wieder aus der Kidsarbeit und aus, ähm, aus, aus, aus Urlaub und so kommen. Wird jetzt auch der Arbeitsaufwand bei uns in der Firma wieder mehr. Ähm, dann halt. Tatsächlich ist für mich Hausarbeit auch so ein Punkt, wo ich tatsächlich auch manchmal so ein bisschen exhausted werde. Und halt einfach kochen, da einfach so ein bisschen selber auf mich achten. Und, ja, ähm, in meinem Leben geht, wie gesagt, gerade deshalb mehr oder weniger ab. Jetzt fangen auch wieder die ersten Furry-Events an, wo ich natürlich auch weniger Zeit nachher hab für den Kanal und so. Und deshalb sage ich jetzt halt, ich möchte jetzt irgendwo mal so ein bisschen einen Abstrich machen. Dass ich mich zuerst mal auf die anderen Sachen ein bisschen mehr konzentrieren kann. Und wenn die vielleicht wieder so ein bisschen laufen und in so einem geregelten Ablauf sind, dass ich dann sagen kann, yo, ich guck jetzt, dass ich wieder so alle ein- bis zwei Wochen Videos raushau. Aber aktuell, wirklich, also, ihr müsst überlegen, diesen Podcast zu schneiden, der jetzt am Mittwoch war. Das war nicht viel Arbeit. Das war einmal ein Effekt über die Audiospuren durchlaufen lassen, das Synken, Rendern, kürzend Thumbnail hinklatschen. Das war nicht viel Arbeit. Aber dennoch, als wir den aufgenommen haben, das war am, oh Gott, das quietscht, es tut mir leid. Weil das war am, am Montag war das, also am, am 20. Juni. War der Montag, oder war es am 21.? Entweder habe ich es am 20. oder am 21. Juni aufgenommen. Und ja, nee, am 21. oder am 22. Juni. Ich glaube, es war am 22. Juni an dem Tag, also am einen Tag vor dem Spiel quasi. Und eigentlich hatte ich dann gesagt, jo, ich schneide es am Mittwoch gleich, weil das wäre echt nicht viel Arbeit gewesen. Und ich hätte auch nur an dem Mittwoch Zeit gehabt. Weil am 24. war Amstag Gebersack von meiner Mutter. Und am Wochenende war ich da mit Bladie und meiner Familie in Österreich. Und wir haben da ein bisschen gechillt. Deshalb hatte ich halt die ganze Zeit keine Zeit. Und eigentlich wollte ich dann den Podcast letzte Woche, also am 1. oder am 30. schon rausbringen. Und dann aber auch da irgendwie wieder so komplett, so, boah, so komplette Motivationslosigkeit einfach. Wie gesagt, es kann sein, dass es eben unter anderem mit meinem Übergewicht, mit der Ernährung zusammenhängt. Dass einfach daher so ein bisschen diese Lustlosigkeit, diese Energielosigkeit kommt. Oder einfach, weil ich jetzt halt seit, ich weiß jetzt echt nicht, wie lange ich schon diesen wöchentlichen Drive drauf habe, was mir auch gefällt. Ich glaube, tatsächlich seit anderthalb Jahren schon fast. Ich pappe, by the way, nichts gescriptet. Dieses Video ist absolut ungeplant. Ich labere random drauf los. Und ich habe mir halt eigentlich auch immer so gesagt, ich gucke gerade nebenbei, by the way, seit wann ich weitestgehend wöchentlich Videos mache. Und ich habe mir eigentlich auch damals immer gesagt, yo, eine Woche Podcast, eine Woche Video ist eigentlich zu schaffen. Falls ich es mal nicht schaffe, nicht schlimm, dann kommt es halt nächstes Mal. Und es ging eigentlich auch, ich habe dann auch im, als dann irgendwann, als ich dann länger gebraucht habe am Ende des Tages, für dieses Donald Duck Video, dann auch für diesen Podcast, wo wir in Österreich waren, für dieses Among Us Video, wo ich ja dann, glaube ich, zwei Wochen gar nichts gemacht habe. Und dafür kamen dann aber in einer Woche drei Videos zum Beispiel, habe ich dann quasi das Video so ein bisschen aufgehört. Und das ging auch vom Arbeitsaufwand her eigentlich. Das war nicht viel so. Aber ich habe mir eigentlich immer gesagt, yo, wenn du müde bist oder wenn es dir kacke geht, dann lass halt mein Video komplett ausfallen. Und in letzter Zeit habe ich mich wirklich öfter erwischt, wie ich gesagt habe, yo, ich mache jetzt lieber was, auch wenn ich eher müde bin und eher weniger Bock drauf habe. Und dann ist es ja doch dementsprechend, ich sage mal, schlechter geworden. Ähm, okay, seit 9. doch, 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 seit 9. Mai 2020, also knapp ein Jahr, knapp ein Jahr habe ich jede Woche ein Video gemacht. Ähm, wie gesagt, das eine, ein Video, das eine oder andere Video, mal mehr, das eine oder andere Video war weniger Aufwand. Im Dezember habe ich ja jede Woche zwei oder drei Videos gebracht und dafür im Januar und die Hälfte von Februar ein bisschen weniger. Aber ansonsten war so dieses wöchentlich ein Video raushauen, ähm, schon eine Sache so. Und ja, also ich glaube, jetzt ist es einfach ein Punkt, wo halt einfach alles zusammenkommt, dass alles ein bisschen zu viel wird. Deshalb muss ich halt sagen, ich muss jetzt halt irgendwo zurücktreten. Und YouTube ist halt so die unwichtigste Sache in meinem Leben, was jetzt nicht heißt, dass mir YouTube egal ist. Aber verglichen mit meinem Freund, mit meiner Arbeit und mit Freunden und Furry-Events ist halt YouTube dann doch so mein unwichtigstes Hobby. Und das, was halt im Leben, so sage ich mal, am wenigsten Priorität hat, was YouTube für mich auch ist, auch wenn es ein Hobby ist, was mir trotzdem Spaß macht, sage ich halt, yo, das ist jetzt die erste Sache, wo ich halt kürzer treten möchte, damit es mir später wieder ein bisschen besser geht und dass ich dann auch irgendwann wieder häufiger Videos machen kann. Ähm, so eine zeitliche Planung habe ich eigentlich gar nicht, wann ich wieder regelmäßiger was machen möchte. Falls Nadel und ich zwischendrin mal Bock haben, einen Podcast aufzunehmen mit Gästen oder auch ohne, das kann auf jeden Fall auch passieren, dann kommt halt was. Aber so grob im Kopf habe ich, also das ist jetzt keine feste Aussage, es ist einfach so eine grobe Idee für mich, dass ich sagen kann, yo, ab da kann man wieder so ein bisschen anfangen, ist vielleicht so Mitte, Ende August, dass ich mir jetzt auf jeden Fall den Juli ein bisschen Zeit für mich nehme, um da so ein bisschen meine Ernährung und so auf die Reihe kriege. Und dann auf jeden Fall mindestens die ersten zwei, drei Wochen vom August, vielleicht auch mehr. Ähm, ich wollte im August dann nochmal ein bisschen lange Urlaub nehmen, dass ich dann vielleicht nach diesem Urlaub wieder richtig anfange. Ich werde natürlich auch in der Zeit dann nicht komplett nur rumliegen oder halt nur sagen, ich mache jetzt Sport oder so. Und ich wollte schon auch so ein bisschen Stuff für YouTube und vor allem für die Streams vorbereiten. Mal OBS richtig einstellen, das mit diesen, ähm, mit diesen Channel Points machen und so. Einfach, dass ich mir da mal ein bisschen Zeit nehme, dass das vernünftig läuft, dass da dann bei einem Comeback wieder alles nice ist. Ähm, zum Thema Streams, es kann sein, dass es da trotzdem hin und wieder was gibt. Ähm, tatsächlich möchte ich eventuell, sogar heute und morgen, falls es im Plan klappt, mit Bloodleaves, ähm, Wolf Among Us fertig streamen. Nur wenn es klappt, das ist jetzt auch wieder keine feste Aussage. Falls da was kommt, kommt dann nochmal ein extra Video zu. Ähm, und auch, dass wir einmal im Monat zusammen Mario Kart 8 streamen, am Montag, das bleibt auch auf jeden Fall. Ähm, und wenn ich zwischendrin einfach mal Bock habe, auch irgendwas zu sehen oder irgendwas weiterzuspielen, dann wird das passieren. Aber es ist jetzt halt nicht mehr so, yo, jede Woche ein Video und jede Woche ein Stream. Ähm, das, also wie gesagt, Videopause ist, denke ich, schon bis Mitte, Ende August eine gute Sache. Und Streams halt einfach sporadisch. Dieses einmal, einen Montag im Monat machen wir auf jeden Fall. Also, diesen Monat wird es dann auch nochmal irgendwann geben. Ähm, aber ja, genau. Ich muss einfach YouTube-technisch jetzt halt ein bisschen kitzeltreden, auch ein bisschen vielleicht mir wieder neue Ideen haben, weil ich habe jetzt ein Jahr lang Gaming habe ich gemacht. Ich habe hier und da ein paar Vlogs, Q&As gemacht. Und das Schlimme ist, oder das, das, was halt auch so ein bisschen, was mich halt vielleicht auch ein bisschen demotiviert hat, ist ja, dass eigentlich ja vor Corona bestand mein Video ja eigentlich nur aus Podcast, Event-Videos und Meinungsvideos. Das steht auch so in meinem Kanal-Banner drin. Und ja, seit März 2020 gibt es natürlich keine Events mehr. Das heißt, ich kann auch, ich kann zwar immer noch Event-Videos machen, von alten Aufnahmen, die ich noch habe, aber ich werde auch mal was Neues machen. Und vielleicht ist es auch so, dass mich das nach einem Jahr jetzt einfach eingeholt hat, dass ich einfach keine Event-Videos machen konnte, womit ja eigentlich dieser ganze Kanalumschwung damals von Let's Plays auf Furry und Event-Sachen umgeschlagen hat. Was eigentlich am Anfang so der Main-Stuff, bevor der Podcast kam, der Main-Content von meinem Kanal war, waren eben diese Event-Videos. Und die kann ich jetzt halt gerade nicht machen. Oder konnte ich jetzt zeitlang nicht machen. Jetzt geht es so langsam wieder los. Die ersten Events werden langsam wieder angekündigt. Ich gehe im September auf ein Event. Demnächst ist ein Mini-Suit-Walk und so weiter und so fort. Ob ich da jetzt dann direkt wieder überall Videos mache, weiß ich auch nicht. Also bei diesem Mini-Suit-Walk habe ich jetzt gesagt, erst mal nicht. Erst dann, wenn der richtige Suit-Walk wieder ist. Um mich einfach auch da wieder so ein bisschen reinzufinden, weil ich glaube auch, nach über anderthalb Jahren wieder auf ein Furry-Event zu gehen wird, erst mal Gewöhnungsbedürfnis sein. Aber ich freue mich drauf. Und ja, einfach, dass ich ein bisschen Zeit für mich habe, für diese ganze Ernährungs- und Abnehmgeschichte. So ein bisschen überlegen kann, wo will ich mit meinem Kanal eigentlich hin. Und ja, dass einfach auch langsam diese Events wieder so ein bisschen anfangen. Und dass, wenn generell vielleicht das Leben, wenn wir Glück haben, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres, wenn viele Impfungen durch sind, wenn dann auch die Delta-Variante gut abgeblockt wird von Corona, dass dann so ein bisschen das normale Leben wieder beginnt, dass ich dann auch safe sagen kann, yo, ich weiß wieder, wo ich hin will. Aber so diese erste Ideen, also auf jeden Fall. So der Plan bis jetzt ist, dass ich mal bis Mitte, Ende August auf jeden Fall eine YouTube-Pause mache, mit sporadischen Streams und ganz, ganz vielleicht ein, zwei Podcasts. Aber da möchte ich mich auf nichts festlegen. Ähm, dass ihr informiert seid. Noch eine andere Sache wegen Patreon. Ähm, so, ich habe jetzt Patreon seit, ziemlich genau seit einem Jahr. Mitte, Mitte, äh, glaube Anfang September ist es letztes Jahr, habe ich angefangen. Und es waren immer ziemlich die gleichen Patreons da. Es sind manchmal ein paar dazugekommen, manchmal ein paar weg. Manchmal auch so ein bisschen die Tier geändert, so. Aber es war ziemlich stagnierend, so in meinen Augen. Ich meine, ein Reward ist ja auch, dass man auf Cons mal zusammen Bilder macht. Also ich glaube, es gab seit anderthalb Jahren keine Cons. Ähm, deshalb, ja, ich würde mir wünschen, oder, ähm, jetzt einfach auch mal euch fragen, ähm, falls jemand von euch Patreon ist, oder, ähm, falls jemand von euch da mal vorbeigucken möchte, und sich mal die Tears angucken möchte, einfach mal so ein bisschen Feedback geben. Auch gerade, vor allem die Patreons jetzt gerade, seid ihr zufrieden mit den Tears? Würde euch gerne noch was anderes dazu wünschen. An die Patreons, denen ich noch, ähm, Postkarten und Sticker schulde, schreibt mir bitte, wie viel ich euch schulde, und vor allem, welche Postkarten ihr schreibt, dass ihr nicht doppelt bekommt. Ähm, das werde ich dann auch gucken, dass das im Juli noch alles losgeschickt wird. Wie gesagt, die Rewards für Juli bekommt ihr auch noch, weil für Juli habt ihr ja gezahlt. Aber ich werde jetzt auch ab August dann erstmal Patreon, die Zahlungen pausieren, weil ich mache ja gerade nichts. Ähm, das heißt, schreibt mir bitte, was ihr noch bekommt, und dann wird das im Juli verschickt. Ähm, selbiges gilt für die Plus-Minus-Podcast-Tasten, für die geniale Nebenfolge, die ja auch schon ein paar Tage her ist, und auch für den Gewinner, der damals unter dem, oder die Gewinnerin, ich habe noch nicht mal jemand ausgesucht, ähm, unter dem Roomtour-Video, dass ich ja noch diese T-Shirts verlosen werde. Das wird auch noch alles losgeschickt. Das werde ich jetzt auch, da werde ich jetzt auch die Kanalpause nutzen, um das mal vernünftig zu machen, um damit mit den Gewinnern und Gewinnerinnen in Kontakt zu treten, das zu planen, das zu verschicken und so. Dafür möchte ich das auch nutzen, dass ich einfach mich darauf fokussieren kann, weil das bin ich euch schon längst schuldig. Und ich verspreche euch, das kommt im Juli oder im August. Aber ich will das jetzt machen, dass ihr das bekommt, weil euch steht es zu, ihr habt es gewonnen. Und ich hasse es, wenn man Gewinnspiele nicht auflöst oder so. Ich habe mich da immer so aufgeregt, als es mal diese ganze Gewinnspiel-Thematik auf YouTube gab. Deshalb, ich gucke, dass ich das im Juli und August auf jeden Fall hinbekomme. Und an die Patreons, denen noch Rewards fehlen, bitte schreibt mir auf Telegram was, was ihr noch bekommt. Dann bekommt ihr das auch. Ähm, genau. Und wie gesagt, einfach generell mal so ein bisschen in meinen Patreon gucken und gucken, ob man noch irgendwie was hat, was man besser machen könnte. So, ey, wenn das und das so wäre, würde ich dich vielleicht auch unterstützen. Of course, ist diese Unterstützungssache kein Muss. Aber Patreon ist ja auch so ein bisschen Teil von dem Kanal, von dem Stuff, was ich mache hier auch. Und ich möchte halt auch, dass es gut funktioniert und gut angenommen wird. Deshalb wäre ich darüber ein bisschen Feedback sehr, sehr dankbar. Ähm, ich bin so gut wie am Ende. Ich habe jetzt das mit der Pause erzählt, den Grund. Ich habe das mit Patreon mit reingenommen. Was ich jetzt noch ganz kurz sagen wollte, ist, da ich jetzt ja vermutlich eine Weile lang keine Videos mache, verlinke ich euch unten einfach mal ganz, ganz, ganz viele coole YouTuber und YouTuberinnen, die ich feiere. Das sind, ähm, Fertuber dabei. Das sind Gaming-YouTuber dabei. Oder YouTuberinnen. Einfach Zeug, was ich gerade wirklich auch andauere und gucke, was richtig cool ist. Vermutlich kennt ihr eh 90% der Leute schon. Aber einfach mal so ein paar Leute verlinken, die ich selber einfach feiere. Ähm, ja, die man sich auf jeden Fall angucken kann, die coolen Content machen. Und wo ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben seid, währenddessen ich leider nichts mache. Guckt einfach mal in die Beschreibung. Da verlinke ich alle möglichen Leute, die mir einfallen, die ich cool finde. Und ja, ich glaube, das war's. Falls ich irgendwas vergessen habe, schneide ich es jetzt im Post rein. Ähm, naja, ich glaube, ich habe alles. Ähm, auf jeden Fall danke an alle, die mich regelmäßig supporten. Auch an die Patreons. Ich blende jetzt hier mal nur kurz das Bild ein, ohne jetzt die Namen vorzulissen, falls sich wieder irgendwas geändert hat. Aber einfach hier nochmal das Bild. Danke an die Patreons für eure Unterstützung. Ich hoffe, dass wir nach der Pause dann auch da ein bisschen, ähm, cooleren Stuff machen können. Und gerade auch, wenn dann wieder Events unsere sind, dass man sich auch wirklich mal sehen kann, diese versprochenen Bilder und bla nachholen kann für die bestimmten Tiers. Und, ähm, ja, ich muss jetzt einfach diese Pause machen. Und ich wollte euch einfach informieren, dass ihr Bescheid wisst, EWG-SIM ist bei dem alles okay und so. Wie gesagt, ich denke mal wirklich, dass ich das so in ein, zwei Monaten dann alles auch so ein bisschen, ähm, ausgesortet habe. Und dass es dann wieder cool wird. Mir ist es auch wohl die aufgefallen, die letzte Woche, wo ich so gefühlt gar nichts YouTube-mäßig gemacht habe, war echt gut und produktiv. Das heißt, ich glaube, es ist ein guter Schritt, um wieder so ein bisschen einen healthy Amount an Produktivität und an so Work-Life-Balance in Anführungszeichen zu bekommen. Wenn ich dann da halt wieder die gute Balance habe, kann ich dann wieder langsam anfangen, wieder da YouTube so mit reinzubringen. Jo. Ähm, ich hoffe, das war's. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Endcard werde ich noch ein paar Sachen verlinken von mir, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr mögt. Wie gesagt, unten in der Beschreibung sind viele andere coolen YouTuber und YouTuberinnen, die auch nice Content machen, den ihr euch geben könnt, während ich weg bin. Ähm, nach wie vor bin ich natürlich auch ganz normal mit Twitter und Telegram zu erreichen, falls irgendjemand Fragen oder sonst was hat. Und auf Twitter gucke ich auch, dass ich so zwei, dreimal die Woche ein Furz-Hoot-Bild poste. Und wenn wir mal irgendwo sind und Bilder machen, kann man vielleicht auch mal ein kleines Video für Twitter machen, zum Beispiel, dass man so ein bisschen sieht, Eder lebt noch, Eder hat noch Spaß im Furz-Hoot, bla. Ähm, ja. Also wie gesagt, die Pause ist jetzt mal bis Mitte, Ende August geplant, aber kann natürlich länger gehen. Eben, Streams und so möchte ich sporadisch trotzdem machen, mindestens einmal im Monat am Montag mit Bloody. Und, ja, guckt auf jeden Fall in die Beschreibung bei den anderen coolen Leuten vorbei. Äh, guckt die neue Digimon-Staff. Ich hab das jetzt nur gesagt, weil ich gerade random einfach einen Screenshot aus der Staffel gesehen habe und mir dachte, Digimon! Ähm, ja, nee, dann würde ich sagen, man sieht, hört, liest sich auf jeden Fall wieder. Wie gesagt, Twitter und Telegram bin nicht zu erreichen, weil es irgendwas wäre. Und, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wer hat das Video bis hierhin geschaut hat, schreibt bitte Hashtag Bratensauce in die Kommentare. Und wir sehen uns dann irgendwann, irgendwie, irgendwo wieder auf YouTube, auf Twitter auf einem Event. I don't know. Und, ja, danke für euer Verständnis. Der Berski hat euch ganz doll lieb. Bitte nicht umfallen, Berski. Und wir sehen uns dann irgendwann. Bye, bye, bye. Tschüss, aber, weil ich bin jetzt ein wenig. Tschüss, ah. Tschüss, aber, weil ich bin jetzt ein wenig.